Rentenhammer! 270.000 Bürgerinnen und Rentner müssen ab 2023 keine Steuern mehr zahlen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Finanzminister Lindner hat das sogenannte Inflationsausgleichsgesetz auf den Weg gebracht, und zwar auf dem Weg zum Gesetzgebungsverfahren. Mit diesem Gesetz sollen inflationsbedingte steuerliche Mehrbelastungen ausgeglichen werden, indem die Steuerlast an die Inflation angepasst wird. Die höhere Inflation in unserem Land aktuell sorgt dafür, dass wir als Bürger steuerlich mehr belastet werden und der Staat mehr Einnahmen hat. Das ist ganz klar, durch die erhöhten Gas- und Energiepreise nimmt der Staat mehr Geld ein, zum Beispiel auch mehr Umsatzsteuer. Vom Inflationsausgleichsgesetz sollen rund 48 Millionen steuerpflichtige Menschen in Deutschland profitieren. Darunter zählen Arbeitnehmer, Rentner, Selbstständige sowie Unternehmer. Unter anderem plant Lindner zum 01.01.2023 die Erhöhung des Grundfreibetrages auf 10.632 Euro und für das Jahr 2024 auf 10.932 Euro, also 300 Euro mehr. Damit werden ab Januar 2023 sofort Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mehr netto in der Tasche haben. Der Finanzminister Lindner prognostiziert unter der Annahme gleichbleibender Gehälter Entlastungen im Jahr 2023 bis zu 192 Euro netto für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das mag zwar in der Summe relativ, sagen wir mal, nicht ganz so dolle aussehen, aber als Nettoentlastung hört sich das ja schon mal nicht so schlecht an. Mit den Änderungen sollen nicht nur steuerliche Mehrbelastungen vermieden werden, sondern auch für zahlreiche Menschen bedeuten sie einen geringeren, wegfallenden Verwaltungsaufwand. So fällt für rund 75.000 Rentnerinnen und Rentner die Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung im Jahr 2023 weg. Das hat was mit der Erhöhung des Grundfreibetrags zu tun. Wenn es so kommt, dass 270.000 Menschen weniger Steuern im Jahr 2023 zahlen müssen oder dürfen, dann halten wir das für keine schlechte Nachricht, denn dann hat das entsprechende Gesetz, was der Lindner jetzt auf den Weg gebracht hat, seine Wirkung gezeigt und hier wird dann tatsächlich doch einem Großteil der Bevölkerung in unserem Land geholfen. Aber wir weisen nochmals darauf hin, wir haben rund 13 Millionen oder knapp 14 Millionen Menschen, die keine Steuern in unserem Land zahlen, die also von diesem Gesetz überhaupt nicht erfasst werden und denen muss auch geholfen werden, damit sie über den Winter mit den hohen Gas- und Energiepreisen durchkommen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.